um bodybuilding betreiben zu können erstmal würdest du sagen das ist schon ein luxus oder dass man dass man sich diesen sport überhaupt mental und finanziell leisten kann ja das ist das ist schon ein luxus dass nicht jeder ausüben kann und zum anderen ist es auch ja die den dem umfeld geschuldet ob man überhaupt erfolg haben kann in diesem ding manche werden da in so einem umfeld reingeboren da geht es einfach überhaupt nicht du hast so viele keine ahnung familie vielleicht um die du dich kümmern musst das und das ist das ist noch mal ein großer faktor eine eine frage wollte ich dir noch stellen zum thema stress und bodybuilding thema meditation haben wir glaube ich auf deinem kanal auch noch nie angesprochen ist das ein thema womit du dich persönlich schon beschäftigt hast oder ist das bislang an dir ein bisschen vorbeigegangen also zuallererst mal zu dem anderen punkt noch es stimmt das ist ein luxussport ja deswegen ich erlebe immer wieder leute die ins coaching kommen und dann bei vielen dingen wie zum beispiel bei der ernährung und so weiter sagen das kann ich nicht das ist doch viel zu teuer muss das denn sein oder auch bei den supplements muss das denn sein ich habe ein supplement plan da stehen sehr viele supplements unter der kategorie wahlweise muss man muss man gar nicht kaufen so da sage ich kannst du wenn du mehr geld hast dafür aber ich schreibe wirklich nur die wichtigsten auf die als wichtig empfunden werden und ich sage halt wenn es halt daran schon hapert ja dann kann ich das bei einem online coaching zum beispiel verstehen aber bei jemandem der wettkämpfe machen möchte dann brich ab ja das heißt niemand sagt dass du dich mit supplements vollstopfen musst und niemand sagt dass du kaviar essen musst du das ist ein fertiger quatsch wir reden hier über 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 grund dinge die wichtig sind und wenn es da schon im geld hapert dann ist der sport halt schwierig das heißt das muss von anfang an geklärt sein umstände ja da zeigt sich wie sehr derjenige das will und das halte ich nicht mal unbedingt für gut weil wenn jemand das so sehr will dass eigentlich alles drumrum nur leidet dann muss man sich auch fragen ob das in dem moment das richtig ist oder ob du nicht einfach verdammt egoistisch bist jetzt guck mal immer mal ein beispiel ihr spart zu hause alle ist das geld ist knapp und es muss immer geguckt werden kann jetzt der schulausflug von der tochter mit finanziert werden oder nicht ja und und nebenbei bestellst du jeden monat für 600 euro supplements ja und gehst auf irgendwelche bodybuilding shows die nur geld kosten der muss natürlich also man muss sich fragen versucht der papa gerade profi zu werden und dann wird alles besser genau oder macht er das aus egoistischen gründen und die mutter hat vielleicht irgendwie probleme ihre miete zu bezahlen und muss vielleicht irgendwie noch pfandflaschen sammeln oder sowas ist der worst case krasses szenario so aber das ist halt auch heftig und deswegen dass das ist alles extrem heftig und das sind umstände die diesen sport halt traurig machen weil ich finde dass auch meisterschaften wie die dennis james classic zum beispiel dann der sache so dermaßen die krone aussetzen mit unfassbaren kosten wo man das gefühl halt hat das bodybuilder selbst ausnutzen dass andere menschen diese liebe für den sport quasi über alles stellen ja menschen die kein geld haben wenig geld haben gerade in dieser zeit man man nutzt aus dass die jeden preis bezahlen würden einfach um da mal mitmachen zu können ich finde da hat man auch irgendwo eine verantwortung deswegen also dieser sport ist unglaublich teuer und auf wettkampfniveau ja luxus sport krass thema meditation ja hast du dich da mal mit auseinander gesetzt und inwiefern könnte meditation im bodybuilding hilfreich sein die kann hilfreich sein also bin ich sehr sehr sicher ich bin vor allem durch leute aus meinem coaching immer wieder mit meditation in berührung gekommen ja und habe allein durch die schilderung und dadurch dass ich mich dann damit beschäftigt habe bisschen was gelesen habe dazu mir auch schon videos angeguckt habe wo man mit meditieren kann ohne dass ich mit meditiert habe also du hast noch nie meditiert noch nicht nein okay aber allein dadurch obwohl kommen wir vielleicht gleich zu allein dadurch habe ich bin ich der festen überzeugung dass es sehr viel bringen kann sehr sehr viel also wir haben das auch im heilpraktiker viel besprochen was da körperlich in sich passiert kriegst halt einen besseren draht zu dir selbst einen besseren draht zu deinen sinnen besseren draht zu deiner herzfrequenz du kannst deinen körper besser steuern besser fühlen du kannst ein bisschen runterfahren das ist die definition von stress kontrolle ja das bedeutet wir reden darüber unsere herzfrequenz zu kontrollieren wir reden darüber unsere muskeln zu kontrollieren im einklang mit unserem körper zu werden unsere gedanken die uns die ganze zeit verrückt machen und kaputt machen ja atmung ist auch ein großes thema in denen wir abends manchmal nicht einschlafen können zu ordnen irgendwo hinzuschieben wirklich zu kontrollieren ich bin dadurch nur in meinen kampf sport zeiten bisschen in berührung gekommen weil ich eine weile lang auch im verein trainiert habe in denen sehr traditionelles muay thai gemacht wurde und da war es tatsächlich dann so dass sehr oft am ende des trainings wenn man so voll auf action war und komplett im arsch wurde halt so thailändische musik angemacht und man musste sich wirklich hinsetzen und es wurde einem quasi gesagt was man jetzt zu tun hat man soll das ganze training revue passieren lassen man soll sich kurz daran erinnern was ist gut gelaufen was ist schlecht gelaufen ja man soll sich aber insgesamt einfach auf die glückshormone konzentrieren man soll sich darauf freuen einfach jetzt was zu essen sich gut zu fühlen man soll stolz sein man soll einfach sich so ein bisschen seiner bewusst werden anstatt so kritisch mit sich da raus zu gehen und so und ich muss tatsächlich sagen das hat damals ein bisschen geholfen und ja oftmals sowohl im knast als auch in schwierigen situationen jetzt mache ich das wenn ich schlafen gehe also ich gehe in mich ich denke nach und ich ordne gedanken und sie irgendwo abschließen zu können das mache ich tatsächlich selbst aber bewusstes meditieren sage ich jetzt auch noch mal steht auf meiner liste möchte ich auch anfangen kann ich auf jeden fall nur unterstützen diesen dieses vorhaben oder diesen gedanken oder allgemein jeden ich denke auch besonders bodybuilder deswegen habe ich das jetzt auch angesprochen können davon sehr viel profitieren ich habe mich in der vergangenheit auch schon ein bisschen damit beschäftigt und habe auch hier und da mal meditiert auch gemeinsam mit meiner tochter und sowas das auch schön sein kann mit einem menschen den man liebt das zusammen zu machen man schiebt es dann so oft auf wenn man es halt nicht mehr macht auf die zeit ich habe keine zeit es gibt auch da ein sprichwort was mir gerade einfällt solltest jeden tag fünf minuten meditieren es sei denn du hast keine zeit dann solltest du jeden tag 20 minuten meditieren das ist denke ich auch ein ein sprichwort was sehr viel wahrheit beinhaltet denn genau dieses meditieren führt dich dazu dass du deinen alltag deinen stress einfach besser bewältigen kannst und dass du mehr im einklang mit dir selbst und deinem leben auch wenn sich das gerade sehr theatralisch und dramatisch anhört ja sein kannst einfach deswegen ein ein kleiner aufruf wie an dieser stelle an alle bodybuilder probiert das ruhig mal aus und auch du maik ich bin mir sicher du wirst nicht enttäuscht davon sein es gibt wie du schon sagt es gibt ultra viele anleitungen im internet wie man meditieren kann ich wusste es am anfang selber auch nicht was man da machen muss wie man sich zu verhalten hat was man denken soll wie man atmen soll aber da gibt es super viele anleitungen und vielleicht können wir unter diesem video auch so eine kleine anleitung von irgendjemandem verlinken ja ich finde es auch weil ich bestimmt nicht der einzige bin oder auch emil sagen wir mal er er nicht der einzige ist mit erfahrung wenn ihr ein richtig geiles youtube video zum beispiel kennt zu dem man perfekt meditieren kann wo ihr sagt das zur einführung super da ist alles drin ist hat mir super geholfen das ist für jeden top verlinkt doch einfach mal hier in den kommentaren wenn ihr da einwürfe habt irgendwas wo gesagt das ist cool mega ja einfach mal das wäre super oft die erste stufe wenn man halt überhaupt nicht weiß was man machen soll also wenn auch so ein youtube video irgendwie zu schwierig oder zu wenn man das halt nicht möchte keinen bock hat dann ist auch glaube ich die die einfache stufe auch erstmal an so einem yoga kurs oder pilates kurs einfach mit zu machen da wird halt auch unter anderem meditiert aber natürlich finden da auch ja übungen statt den übungen dies und das was eigentlich auch nicht also qigong dann eigentlich sowas wäre es dann wahrscheinlich ja genau dieser thematik kenne ich mich ehrlich gesagt auch nicht aus ich habe ein paar malen yoga kurs mitgemacht und pilates auch im kampf für für kampfsportler auch sehr sehr hilfreich und ich denke für bodybuilder ebenfalls aber ja oft sind sind bodybuilder dann so ein bisschen zu stolz oder zu ja keine ahnung was warum sie das nicht machen aber das alles außer bodybuilding peinlich und scheiße ist ja 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 das ist eine einstellung die euch immer im weg stehen wird also je früher ihr darüber wegkommt desto besser wird euer leben verlaufen und desto schöner wird euer leben verlaufen und desto mehr werdet ihr auch von eurem umfeld geachtet akzeptiert und erlebt wieder schöne dinge wenn ihr manchmal zu hause sitzt und euch fragt warum alle anderen so scheiße sind das ist weil ihr scheiße seid weil ihr scheiße zu denen seid und es kommt scheiße zurück so ist ganz normal dementsprechend es schadet gar nicht mal so ein bisschen offener durch die welt zu gehen das kann beruflich sehr viel bedeuten das kann weiterbildungstechnisch sehr viel bedeuten das kann mindset technisch sehr viel bedeuten psychisch kann das unfassbar viel bedeuten und sozial vor allem auch deswegen verstehe dass man vor allem für das wettkampf bodybuilding so ein bisschen sozial abgeschottet ist manchmal das braucht man auch man muss so in diesen tunnel gehen aber deswegen muss man ja nicht sein ganzes leben irgendwie komplett abgeschottet verbringen und alles andere einfach nur scheiße finden das ist traurig das ist so eine sehr traurige einstellung ja bin ich bei dir ich danke dir auf jeden fall für das beantworten dieser dieser paar fragen diesen talk also ein kurzer aufruf an die community falls ihr solche talks feiert wo ich mike einfach ja fragen stelle random fragen so ein bisschen wie bei was hältst du davon coach damals aber ich glaube ein bisschen auf einer anderen art und weise das war wie so ein kleiner podcast schon dann schreibt es gerne in die kommentare was für themen ihr da auch hören möchtet und dann lese ich mir das durch und bring diese themen auch sehr gerne mit rein falls ihr das format feiert jawohl vielen lieben dank für eure aufmerksamkeit wenn ihr das supporten wollt dass wir jetzt mehr content rausbringen dann frag dich doch gerade mal ob du jetzt zuschaust und den kanal noch nicht abonniert hast dann würde ich dir eine einfache guideline mit geben ich verstehe dass man einen kanal nicht gleich abonnieren möchte kann ich voll verstehen auf der anderen seite wenn du schon das dritte oder vierte mal vielleicht gerade auf einem video bist und gemerkt hast du hörst einfach zu du hast einfach gerne zu weil sonst würdest du nicht zuhören und wenn dir das gerade so ein bisschen auffällt dann ist es das vielleicht schon wert dass du einfach den abo button drückst weil dadurch kannst du unfassbar viel bewirken das hilft mir öfter auf die startseite zu kommen das hilft diesem kanal den algorithmus ein bisschen auf diesem kanal zu fokussieren nicht zuletzt gibt es dir auch die möglichkeit immer die neuesten videos gleich zu bekommen vor allem wenn du dann auch noch auf die glocke klickst das heißt die glocke die benachrichtigung macht doch mal sehr sehr viel aus alles dinge die dich gerade gar nichts kosten und darüber würde ich mich unheimlich freuen und das gibt uns auch das signal dass wir weiter so oft videos releasen das heißt wir wollen natürlich sehen gefällt euch das wenn wir so viel releasen deswegen gibt uns das signal in der form am besten weil das ist das was tatsächlich dann die die stärkste sprache ist in diesem sinne abonniert klickt auf die glocke damit setzt ihr ein deutliches zeichen für diesen kanal und ich bin gespannt wo es dann noch weitergeht bis dann bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.